Jetzt geht die Party los, schalalalala, wir holen uns nen Golem ins Floß, daalalalala. Ja, ich hab auch direkt, ich hab jetzt auch direkt Sattel mitgenommen. Was? Meine Uhr sagte, tut mir leid, ich bin mir nicht sicher. Was? Kein Problem. Ich glaub, sie hat es nicht verstanden. Aber sie traut es uns nicht zu. Ich bin eh davon überzeugt, dass es gerade nur ein Test versucht wird und dass wir es eh nicht gleich hinbekommen. Zeigt die nackte Frau mit Stimme. Ich bin nackt unterwegs. Warum? Weil wenn ich sterbe, kann ich nichts verlieren. Warum solltest du sterben? Ich geh immer auf Safety First. Ja, ist doch gutes Wetter heute, oder? Kann man doch mal ein bisschen, ne? Wofür brauche ich den ganzen Scheißen grad? Wie war das gestern noch? Hm. Wenn ich mit Maik unterwegs bin, dann fühle ich mich viel sicherer. Ich weiß ja auch nicht. Ja, ist ja auch so. Ja, ist ja auch so. Ich traue mich auch mal, ja, getan es mitzunehmen. Wow. Vorhin, wo ich Eierklauen war, habe ich mir auch gedacht, warum soll ich die ganzen Rüstungsscheißen mitnehmen und sowas. Da kann es halt mehr tragen, wa? Ich habe einfach nur das Schwert mitgenommen, falls ein Raptor kommt, dass ich den klatschen kann. Weil Raptor ist ekelhaft. Ah, da fällt mir grad was ein. Haben wir was vergessen? Ja, ich muss nur nachladen. Wow. Ich habe nur ein Schwert dabei. So, dann mal auf, auf und davon. Es geht halt nur schwer, das Ding dann aufs Boot zu bekommen, ne? Hm. Ja. Die Agentar wisse, wir können ja fliegen, dann müsste halt nur irgendwie so... Ja, eventuell fliegen dann zwei von uns oder so zurück. Das auch dritte championship. Das ist auch schon eine Bitte. Und wenn es das Monster ab imראte ist, sieht meine's Family aus. SowasENDe aùng in ein bisschen einfacher. A Books jetzt gibt's acknowledge. Das ist papa. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020